Hallo liebe Motorsport Magazine von KOMM-Freunde und Formel 1-Fans. Stefan Heublein und meine Wenigkeit Christa Minert, wir haben uns wieder Fragen von euch rausgesucht. Und da sind diesmal richtig spannende dabei, Stefan. Richtig. Und wenn ihr noch spannendere Fragen habt oder ähnlich spannende Fragen, dran denken, Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos. Wir suchen sie uns raus und vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal mit dabei. Dafür auch den Kanal abonnieren, damit ihr dann nicht verpasst, wenn eure Frage hier diskutiert wird. Oh, das wäre natürlich bitter. Stell dir vor, deine Frage kommt dran und dann verpasst du es. Ja, das wäre nicht so schön. Aber Niklas ist hoffentlich dran, denn Niklas Kambach4022 hat uns eine verdammt lange Frage gestellt. Müssen wir, glaube ich, in Etappen angehen, das Ganze. Es geht jetzt in den ersten beiden Fragen ein bisschen um Audi und Porsche und die Formel 1-Einstiege oder gescheiterten Formel 1-Einstiege. Und die Frage von Niklas zum Beginn lautet, wäre es für den Volkswagen-Konzern nicht aus diversen Gründen sinnvoller gewesen, Porsche anstatt Audi mit dem Konstrukt sauber und einem eigenen Motor in die Formel 1 zu bringen. Ich meine, Porsche ist die Marke im VW-Konzern, die für die ultimativen internationalen Rennerfolge steht. Rekordsieger in Le Mans. Man war bereits als Motorenhersteller Anfang der 80er Jahre mit McLaren und Tag in der Formel 1. Auch stehen die Serienautos von Porsche eher auf dem Niveau von Ferrari, McLaren und Aston Martin als die von Audi. Alles die Meinung von Niklas. Audi ist eher eine Marke für höherpreisige Consumer-Autos, aber weniger für Rennwagen. Ähnlich wie Mercedes, sagt er. Audi, finde ich, hat nicht das Image und den Charme, wie es Porsche hat. Daher wäre es für VW aus Marketinggründen besser gewesen, Porsche als Prio Nummer 1 anstatt Audi in die Formel 1 zu bringen. Seht ihr das auch so? Ihr könnt natürlich mitdiskutieren, jetzt schon in den Kommentaren. Das ist die längste Frage, die wir je hatten. Ich glaube, bei Ask MSM ist das schon ein ziemlicher Favorit. Aber gut formuliert, alles wunderschön gemacht. Ihr habt sie auch eingeblendet gesehen und jetzt kommen unsere Antworten dazu. Aber vielleicht sollten wir am Anfang nochmal ganz kurz einen Blick auf Audi werfen, bevor wir auf Porsche zu sprechen kommen. Denn da wurde letztes Jahr verkündet, ab 2026 wird Sauber als Werksteam für Audi an den Start gehen. Aber in den letzten paar Wochen gab es da immer wieder Diskussionen, Gerüchte, Spekulationen, dass das vielleicht gar nicht passieren wird. Ja, ich glaube, das passt wunderbar zusammen mit dieser ganzen Frage. Und das muss man ja als komplette Einheit sehen. Anders als es die Marken in diesem Volkswagen-Konzern vielleicht manchmal tun. Denn der Einstieg von Audi, er war ein Alleingang. Das, glaube ich, ist soweit auch bekannt, dass man da auf Audi-Seite unbedingt in die Formel 1 einsteigen wollte. Das gar nicht mit der anderen Seite, mit Porsche zum Beispiel, abgeklärt hat, weil beide ja ursprünglich in die Formel 1 einsteigen wollten. Ich habe gehört, bei Porsche war man doch etwas überrascht, ob des forschen Auftretens dann von Audi und der frühen Kommunikation. Also das hat für ein bisschen schlechte Stimmung gesorgt auf Porsche-Seite. Und das ist natürlich jetzt eine ganz interessante Sache, denn die Gesamtmenge-Lage hat sich ein bisschen verändert. Oliver Blume, damals Geschäftsführer bei Porsche, ist ja inzwischen auch ganz großer Boss des Volkswagen-Konzerns und Porsche. Und Markus Düßmann, der aktuell immer noch im Amt befindliche Audi-Vorstandsvorsitzende, der wird demnächst abgelöst durch Gernot Döllner. Und das ist wiederum auch ein ehemaliger Porsche-Mann, enger Vertrauter von Oliver Blume. Also das mal vorweggeschickt, das ist natürlich eine interessante Konstellation jetzt mit diesem ganzen Audi-Formel-1-Einstieg. Denn Markus Düßmann, der galt schon als treibende Kraft hinter dem Ganzen. Dazu gibt es natürlich noch einen Entwicklungsvorstand, Oliver Hoffmann. Der hat seinen Vertrag verlängert, aber auch da hört man, das soll alles nicht so ganz hundertprozentig fix sein bei Audi im Hintergrund. Es kommen immer wieder Geschichten, Stefan, wir kriegen immer neue Wasserstandsmeldungen aus verschiedenen Seiten, dass das alles nicht so hundertprozentig wasserdicht ist, wie man kommuniziert hat. Genau, und da kommen natürlich dann auch diese Gerüchte her. Es sind aber, das muss man auch vorweg sagen, erstmal nur Gerüchte. Es ist da noch nichts fix, noch nichts offiziell kommuniziert. Das heißt, wenn da irgendwo anders vielleicht was geschrieben oder gesagt wurde, dass das nicht passieren wird oder jetzt schon feststeht, dem ist nicht so. Genau, denn wenn da ein neuer Boss erstmal kommt, der muss erstmal auch kommen, der muss sich dann das Ganze ansehen und dann ist Formel 1 nicht unbedingt Prio Nummer 1. Auch wenn es für uns nichts anderes gibt, aber für so ein Automobilkonzern gibt es durchaus größere Probleme als ein Formel 1 Einstieg. Und das könnte wiederum dazu führen, dass es dann vielleicht tatsächlich so kommen kann. Denn dann haben wir es in der Vergangenheit ja oft genug gesehen. Bernie Ecclestone und auch Max Mosley haben das immer ganz gerne gesagt. Hersteller kommen und gehen, wie sie wollen. Wir haben es mit Toyota, mit BMW, mit Mercedes, mit allen möglichen Herstellern gesehen. Und da kann das dann natürlich schnell passieren, dass man sagt, okay, wir haben da zwar jetzt schon verdammt viel Geld reingesteckt und stecken auch jetzt momentan verdammt viel Geld rein, aber mich interessiert eigentlich nicht, was vor mir war, was andere gemacht haben. Ich will jetzt nach vorne hingesehen, das Geld sparen und sagen, da sparen wir das ein. Wir machen kein Formel 1, wir machen kein Motorsport. Ja, Gernot Döllner, ich kannte ihn bislang nicht. Laut Manager Magazin ist er aber kein großer Freund der Formel 1. Also sehr gut informiert normalerweise das Manager Magazin, aber dann ist auch die Frage, was macht das mit einem, wenn man kein großer Fan der Formel 1 ist. Andererseits kennt man natürlich auch das Umfeld, dass es vielleicht der Marke doch was bringt. Dafür muss ich ja nicht unbedingt ein Fan sein, um Benefit auch zu sehen. Also schwierig, ich bin mal gespannt. So ganz 100% sehe ich es noch nicht, dass das alles fix ist. Es wurde schon viel investiert, du hast es gesagt, aber was interessiert mich das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, wenn ich ab jetzt Chef bin und schaue, was für die Zukunft meines Unternehmens am besten ist, meiner Meinung nach. Wenn jemand Neues da reinkommt und sagt, für uns ist das jetzt das Beste, das machen wir nicht. Oder jemand, der reinkommt woanders und sagt, wir steigen da ein, weil ich finde das toll und das bringt uns was. Sie haben einen Business Case und sagen, das funktioniert Formel 1. Dann kann auch der überzeugt werden, der gar kein Formel 1 Fan ist. Aber genau das ist auch wieder ein ganz interessanter Punkt. Business Case Formel 1, wir wissen alle, wie sich das jeder immer schön rechnet. Das kannst du in alle Richtungen rechnen, die du willst. Du sagst, du investierst Summe X, brauchst du, um ein Team zu kaufen, um das am Leben zu erhalten. Dafür kriegst du so und so viele Sponsoren. Das heißt, du musst am Ende noch so viel draufzahlen. Das kriegst du dann wieder gegen Werbe, gegen Wert und so weiter. Das kann man sich alles so hin und her rechnen. Also das kann man dann dem Vorstand vorlegen, einerseits so, andererseits so. Richtig. Und nur bei ganz, ganz wenigen Top-Teams, die wirklich den Erfolg haben, da trägt sich dann auch wirklich von alleine, wie bei Mercedes oder Red Bull, die halt Sponsoren, Titelpartner haben, die so viel Geld da auf den Tisch legen oder Mitteilhaber am Team haben, wie bei Mercedes, da ist es dann was anderes. Da ist es dann wirklich das, was alle immer sagen, ja, das ist ein Franchise. Ja, und selbst wenn man vielleicht noch ein bisschen Geld drauflegen muss, ist das verhältnismäßig wenig oder sind das Peanuts im Vergleich zu dem, was ich dann wirklich als Werbegegenwert kriege. Dann haben wir Audi jetzt erstmal abgehakt und sagen, es kann durchaus passieren, dass sie nicht kommen, aber wir wollen es natürlich, weil wir wollen ja noch einen Hersteller in der Formel 1 sehen. Wir wollen Audi sehen. Deutscher Hersteller, Audi gegen Mercedes, wäre natürlich sensationell. Nur vorweggeschickt ist, offizielle Kommunikation ist immer noch, es passiert. Da gab es nie was anderes. Es sind nur Sachen, die man immer wieder so von verschiedenen Seiten aufschnappt. Dann kommen wir zum zweiten Teil der Frage, nämlich Porsche. Wäre das denn besser gewesen, Porsche reinzuschicken in die Formel 1? Die Frage kommt tatsächlich auch immer wieder so, ja, wieso macht man es denn mit Audi? Andererseits, ich finde, die Argumentation ist schon schlüssig, die unser lieber Zuschauer da anführt. Niklas. Niklas, Entschuldigung, ganz schlecht im Namen merken. Andererseits kann man sich natürlich auch die Frage stellen, naja, hat es Porsche dann überhaupt nötig? Porsche verkauft die Autos wie warme Semmeln. Also die gehen weg, auch ohne Formel 1 Engagement. Die Marke braucht kein sportlicheres Image. Die Marke steht schon für Sport pur. Da sehe ich dann beim Volumenhersteller schon eigentlich einen besseren Fit für Formel 1, um das Ganze, um Sales voranzutreiben, Marken, Image aufzubauen und so weiter. Das bräuchte Audi, glaube ich, aktuell ein bisschen dringender als Porsche. Nicht umsonst sind ja auch Marken wie Renault mit dabei. Und bei Mercedes funktioniert es ja wunderbar. Also ich persönlich finde, dass das Formel 1 Engagement Mercedes auf jeden Fall schon ein sportlicheres, dynamischeres Image gibt. Und das jetzt schon viele Jahrzehnte hintereinander, entweder als Motorenlieferant oder dann als Werksteam seit 2010. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt bei den Herstellern, die kommen und gehen ja, wie sie wollen. Da ist Kontinuität, gerade was das Image angeht, natürlich schon wichtig. Also wenn ich jetzt dann nach drei Jahren sage, ich gehe wieder, dann kann das auch eher kontraproduktiv sein. Vor allem, wenn man in den drei Jahren nicht erfolgreich war, weil die wenigsten gehen erfolgreich. Das macht eigentlich nur Honda. Nein, die gehen kurz bevor sie erfolgreich werden. Oder so. Oder wenn sie dann noch ein Jahr mit als Motorenlieferant mitnehmen und dann kommen sie wieder. Also die machen eher schräge Sachen, aber ansonsten, wenn sie gehen, halt weil sie nicht erfolgreich waren. Ja. Und dann hat es wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht für das Image. Deswegen sagen wir, okay, Porsche wäre durchaus interessant gewesen, aber Audi ist ja jetzt auch nicht die unsportlichste Marke. Wir haben sie in der DTM, auch in Le Mans mit Erfolgen gesehen, Formel E waren sie mit dabei. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die noch nie was mit Motorsport am Hut hatten. Und die PKWs, die man bei diesem Hersteller mit den Vierringen kaufen kann, die gibt es ja durchaus auch in relativ sportlichen Varianten. Die eine oder andere, ja. Und ein paar Pferdchen auf die Vorder- und Hinterachse. Pferdchen, auch wenn sie nicht aus Maranello kommen. Ja, also man muss sagen, aus Formel-1-Sicht wäre es natürlich schöner gewesen, Porsche zu haben vom Namen her. Oder beide zu haben. Ja, klar. Aus Konzernsicht, wenn ich jetzt als VW-Konzern denke, nicht wieder einzelne Insellösungen, so wie man es dann doch letztendlich macht. Dann würde ich aber schon sagen, dass Audi sinnvoller ist. Aus meiner leihenhaften Marketing-Sicht. Genau. Wahrscheinlich kann man auch das wieder genau andersrum drehen. Aber wir sagen jetzt einfach mal so, wenn es jemand in Anführungsstrichen nötig hat, dem einen frischen Anstrich zu verpassen, dann wohl eher der, der nicht ganz diese sportliche Image von Haus aus hat. Und dann passt es für mich auch perfekt, weil es ist trotzdem eine Premium-Marke. Mit Skoda brauche ich jetzt nicht in die Formel-1 einsteigen. VW wäre dann auch schon wieder, da hast du wieder diesen Spagat. Einerseits willst du einen Volkswagen, andererseits bist du in der Königsklasse, verbrennst da Geld, wenn man das dann so ausdrücken will. Deswegen finde ich da Audi eigentlich aus dem Konzern raus den perfekten Fit. Perfekter Fit. Lukas hat noch eine zweite Porsche-Frage gestellt. Und Lukas Z04 sagt, sollte Porsche nicht einmal versuchen, Alpine zu kaufen? Wir haben eben schon über Renault gesprochen. Und er meint, in der aktuellen Situation könnte Alpine durchaus gesprächsbereit sein. Das Auto scheint ja gut zu sein, wenn man ungefähr die drei Zehntel, die durch den Motor fehlen, drauf addiert, würden sie vielleicht mit den anderen Verfolgern um Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston mitkämpfen. Das heißt, wenn Porsche 2026 einen VW-Motor mit Audi entwickeln würde, könnten sie direkt vorne angreifen. Also drei Zehntel finde ich ein bisschen hochgefasst, glaube ich. Motordefizit auf Renault respektive Alpine Seite. Man spricht von 30 PS, wir haben uns die Daten jetzt relativ genau angeschaut. Aber so deutlich ist es nicht, wie man auf Vierseil oder wie man da zumindest in den Gremien versucht, Glauben zu machen. Ich glaube auch, dass das Auto nicht so schlecht ist, aber der ganz große Wurf ist es auch nicht. Und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe deine Notizen gesehen, als du die Fragen zusammengestellt hast. Und ich glaube, da haben wir leicht unterschiedliche Auffassungen. Du bist der Meinung, es wäre nicht so toll. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich was bringt, das zu kaufen. In England haben wir dann das Team. Wir haben dann Endstone, das ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ottmar hat uns das zumindest jedes Wochenende vorexerziert und erzählt. Hat der Laurent Rossi auch nicht ganz so gut gefallen, die Aussagen. Aber wir wissen, Simulator in einem Uraltteil von McLaren, wir wissen auch, was sie sonst so da stehen haben, ist jetzt nicht unbedingt State of the Art und das Allerneueste. Wenn man es vergleicht mit einer niegelnagelneuen Fabrik von Aston Martin, mit dem, was McLaren neu baut und schon seit Jahren ankündigt, dann wird alles besser, was Mercedes vorhat, wenn sie den Campus jetzt neu designen wollen und alles umbauen. Also da ist dann schon was geboten. Da müsste hier auch nochmal viel Geld investiert werden. Auch wenn man sieht, was Audi allein auf Motorenseite jetzt alles aufgefahren hat und wie wir eben gesagt haben, wie viel Geld da reingeflossen ist und noch reinfließt, um das Ganze auf den Formel-1-Stand von 2023 bis 2026 zu bringen. Dann hat man natürlich Miri, das ist wieder was ganz anderes, das würde dann wegfallen. Das heißt, man müsste auch selber nochmal Geld in Motoren investieren und genau das gleiche aufbauen, was jetzt Audi aufbaut. Ja gut, da würde ich mal sagen, kann man die Synergie nutzen und einfach den Audi-Motor einsetzen und Porsche draufschreiben. Das sagst du jetzt, aber das hätten sie letztes Jahr schon gekonnt und da wollten es beide nicht. Aber das ist für mich, also wenn die zwei jetzt zwei unterschiedliche Motoren bauen würden, das wäre für mich nicht zu verstehen, weil die Motorenabteilung verschlingt trotzdem weiterhin das meiste Geld, trotz Budget-Cap, das ist das finanziell gesehen immer noch schwierigste Kapitel an der Formel 1, so einen Formel 1-Motor zu bauen, weil da hat man quasi keine Einnahmen. Das ist ein sehr defizitäres Geschäft. Deswegen würde es meiner Meinung nach riesigen Sinn machen, zu schauen, wo kann ich diesen Motor noch einsetzen und vielleicht sogar wirklich unter einem anderen Branding. Und im VW-Konzern passiert ja genau das. Man hat gleiche Motoren teilweise in dem Volkswagen und dem Audi oder in dem Audi und dem Porsche, ist da ganz normal. Wieso nicht dann auch in der Formel 1? Ich finde, dann sagt man, das kann man ja nicht verkaufen. Ich finde, ganz im Gegenteil, ich finde, das ist wunderbar. Das spiegelt ja dann den Konzern auch wieder, dass man da Synergie nutzt. Also das fände ich zum Beispiel jetzt, da hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann würde man nämlich quasi die Kosten, die aus Konzernsicht, die Audi investiert, aktuell in die Motorenentwicklung, würde man quasi halbieren. Wäre für mich zumindest relativ sinnvoll. Wie das dann wieder bei den Konzernen ausschaut, ist so eine ganz andere Sache. Eines, was Sie damit auf jeden Fall als Vorteil hätten, was du noch nicht gelesen hast in den Notizen, ist natürlich der Startplatz. Weil ansonsten als neues Team müsste man sich bewerben. Wir wissen, dieser Prozess läuft. Ja, Hersteller hat es vielleicht dann wieder einfacher, als jetzt diverse fragwürdige Teams, die da aktuell vielleicht mit dabei sind und sich bewerben als Neueinsteiger. Aber dann hat man natürlich diesen Startplatz, den man haben will und hätte noch ein Team mit Struktur und allem drum und dran. Allerdings sehen wir ja, dass da momentan die Hälfte rausgeworfen wird und die anderen Hühnerhaufen aktuell ist. Das heißt, weiß ich nicht, wie viel das bringt. Aber du darfst nicht vergessen, so schlecht ist das Team nicht. Die waren letztes Jahr vor McLaren. Die fahren auch dieses Jahr im erweiterten Mittelfeld, nennen wir das mal so mit. Und ich weiß, später kommt noch eine Sauberfrage. Und Audi hat sich für Sauber entschieden. Hätte ich die Wahl zwischen Sauber und Endstone gehabt, ich hätte Endstone gekauft. Auch wenn es logistisch vielleicht ein bisschen komplizierter ist, aber ich habe lieber den Standort England für mein Rennteam als den Standort Schweiz. So, gerne ich die Schweizer Freunde habe, nichts gegen euch, aber es ist für mich trotzdem ein großer Standortnachteil. Im Motorsport ganz klar. Nicht nur die Kosten, da hatten wir ja auch interviewmäßig schon von dir mit dem ehemaligen, müssen wir mittlerweile sagen, technischen Direktor letztes Jahr im Heft gehabt, wo es dann auch ist, ja, wir haben da einen Nachteil und zahlen mehr, egal was es ist. Aber hauptsächlich das noch größere Problem, weil als Hersteller hat man ja auch das gewisse Kleingeld, aber das noch größere Problem ist halt der Standortnachteil, was das Personal angeht. Das haben wir ja in Italien immer schon gesehen, aber auch in der Schweiz, weil dieses Motorsport Valley ist halt nun mal dort in Northampton statt drumherum. Ja, und? Ja, du hast das Geld, aber du darfst es halt nicht ausgeben mit Budget Cap. Und das noch. Also, das ist ein relativ großes Thema und das hat Jan Mongeau ja auch gesagt in dem Interview damals. Gerade mit dem Budget Cap, selbst wenn du das Geld hättest, du könntest halt nicht ausgeben und dadurch hast du einfach schon per se einen Standortnachteil, weil die Gehälter einfach deutlich höher sind. Jemand hat mir da mal erzählt, was da alleine Praktikanten quasi schon verdienen. Das sind schon Summen. Da denkst du, okay, ich gehe als Praktikant in die Schweiz. Das heißt, ja, es ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so verlockend, aber es gibt durchaus auch Dinge, die dafür gesprochen hätten, zu sagen, Alpin ist interessanter, weil sie eben zuletzt auch diesen Aufwärtstrend hatten sportlich. Also, ich bin mal gespannt, ob sich da was tut, weil wenn ich mir das Team so anschaue, ich weiß nicht, inwiefern Luca Di Maio und da so jetzt hinter diesem Formel-1-Projekt steht. Aktuell stehen die Kurse der Teams ganz gut, wenn es ums Verkaufen geht, also preislich. Ich glaube, das wäre gar kein so schlechter Moment, aktuell darüber nachzudenken. Das Problem ist tatsächlich dann bei Alpin, so hundertprozentig verstehe ich das generell nicht, was die mit dem Alpin-Team wollen. Das ist für mich ein zu kleiner Hersteller. Und ja, der Hersteller hat auch große Pläne, große Expansionspläne, Modelloffensive und so weiter, aber das ist schon ein echt großes Projekt, auf der Seite schon. Und dann auf Formel-1-Seite, ja, das Business-Modell, Formel-1-Team mag mit Budget-Obergrenze und dem Boom deutlich besser aufgehen, aber dann hast du ja dort trotzdem noch das Problem Motorenabteilung. Und die kostet dich weiterhin richtig viel Geld und die ist ja trotzdem weiterhin so ein bisschen das Sorgenkind auch dort. Deswegen würde ich mir vielleicht als Konzern das Ganze schon mal genau überlegen. Ja, wobei das, was Sie nicht machen sollten, ist das Team abzustoßen und dann zu sagen, wir bleiben Motorenhersteller, weil das macht null Sinn. Das hat man ja auch schon mal gemacht in der Vergangenheit, aber wäre wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll, nein. Motoren ist auch ein gutes Stichwort, denn unsere neue Ausgabe ist bald da, Motorsportmagazin, Ausgabe Nummer 92 und da gibt es auch eine schöne Motorengeschichte, groß übertitelt, sehr schlagzeilenträchtig mit Missgeburt, das Motorenregelung. Motorenmissgeburt, ja. 2026. Haben wir eigentlich ein Fragezeichen dahinter gesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war das... Ich weiß nicht, ob es das finale Layout geschafft hat, aber ich glaube schon, wir hatten ein Fragezeichen. Ich glaube, ich hatte ein Fragezeichen dazu gesetzt. Ich versuche mich gerade ans Layout zu erinnern. Ihr seht es jetzt eingeblendet. Ihr könnt es dann runterschreiben. Wir haben die Hefte noch nicht in den Händen abgehend, als wir aufnehmen, deswegen. Aber ihr könnt es schon bestellen. Ja, 2026 bekommen wir ein neues Motorenreglement. Das aktuelle ist ja seit 2014 in Kraft und es ändert sich irgendwie viel und irgendwie doch wenig und dann wie doch viel. Es ist ein bisschen verwirrend. Die Frage ist, ob man auf dem falschen Dampfer ist mit diesem Reglement. Und möglicherweise auch wegen Audi. Warum und wie, das könnt ihr dann nachlesen bei uns im Magazin. Und wir gehen jetzt weiter zu den Schweizern, die haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Und Claudio hat eine Frage für uns. Als Schweizer wollte er nämlich mal unsere Einschätzung zu sauber hören. Letzte Saison war für ihn in Ordnung. Diese Saison geht bisher gar nichts. Denkt ihr, das geht jetzt zweieinhalb Jahre so weiter und wird erst besser, wenn Audi komplett eingestiegen ist? Oder erwarten wir Fahrerwechsel im nächsten Jahr und dann wird alles besser? Also erstmal sorry Claudio für unsere Schweiz-Bemerkungen. Vorher war nichts gegen euch, liebe Schweizer. Ganz im Gegenteil. Ja, sauber schwieriges Thema. Ich glaube, es liegt nicht nur an den Fahrern. Auch über Valtteri Bottas haben wir schon oft genug geschimpft in der jüngeren Vergangenheit. Der bleibt aber erstmal wie so ein Klotz am Bein. 2024 weiterhin beim Team. Der hat nämlich noch einen Vertrag. Teamseitig. Ja, naja, letztes Jahr hatte man, ich will nicht sagen, den Vorteil, dass man ein leichteres Auto hatte, den hat man sich erarbeitet. Es war jetzt kein Glück, dass man das Auto am Mindestgewicht hatte und die anderen nicht. Es war gute Arbeit. Es waren Priorisierungen, die man da vorgenommen hat in der Entwicklung. Deswegen muss man da einfach den Hut ziehen vor sauber, dass man das geschafft hat. Was andere nicht geschafft haben? Auf aerodynamischer Seite ist es halt schon eher mau in letzter Zeit. Und da sehe ich jetzt auch nicht so den wirklichen Aufwärtstrend. Man krebst da schon hinter dem Mittelfeld rum insgesamt. Man muss schauen, dass man da mal den einen oder anderen Punkt irgendwie abstauben kann. Und wird sich das in absehbarer Zeit ändern? Also es muss sich eigentlich ändern. Du kannst ja nicht erst anfangen, wenn Audi dann wirklich dabei ist. Also jetzt wird das Fundament gelegt für das ganze Audi-Projekt. Und deswegen muss man eigentlich davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Jahren schon immer sukzessive wieder ein bisschen verbessert. Ja, also da müssen sie langsam aufbauen und dann irgendwo auch besser werden, weil den großen Sprung plötzlich zwei Sekunden schneller werden sie dann nicht sein. 2026 von einem auf den anderen. Und Andreas Seidel ist ja als Geschäftsführer schon in Hinwiel. Das heißt, er stellt da schon die Weichen. Und du kannst dir die Weichen nicht so stellen, dass dann ab 2026 einfach alles richtig läuft und davor noch gar nichts. Deswegen, da muss sich schon die nächsten Jahre auch ein bisschen was tun. Ja. Und wie du gesagt hast, die Fahrer sind ein Teil des Ganzen, aber jetzt nicht das größte Problem. Auch der beste Fahrer wird jetzt da drinnen keine Siege holen. Gehen wir mal fix von aus. Würde ich jetzt mal sagen, dass Max Verstappen damit jetzt auch nicht allen anderen 50 Sekunden um die Ohren fährt. Nee, so könnte man die Siegesserie von Verstappen natürlich auch stoppen. Zwangswechsel. Ein bisschen böse. Wir wollen ja sauber auch nicht so schlecht machen. Das ist ja verhältnismäßig immer noch ein kleines Team. Und die Infrastruktur, auch wenn sie oftmals gelobt wurde in der Vergangenheit, ist sicherlich auch nicht up to date. Das ist halt auch schon ein bisschen am Zahn der Zeit genagt. Die Zeiten, als da richtig investiert wurde von dem Hersteller, sind halt auch schon ein bisschen her. Auch wenn das Team jetzt in den letzten Jahren nicht mehr in finanziellen Nöten war, weil es Fynn Rausing gibt, der das gut aufgestellt hat, aber jetzt wie ein Hersteller investiert in Infrastruktur, das ist natürlich jetzt auch nicht passiert in dem Ausmaße. Gut, dann kommen wir noch zu einer Frage. Mal was ganz anderes. Wir bleiben immer noch so ein bisschen im Technik-Motoren-Aero-Bereich. Aber mal weg von Audi, Porsche und sauber. Ich habe Angst, die letzte Frage habe ich nämlich gar nicht gesehen im Skript. Überraschung für dich. Zum Abschluss. Jarvis 55 fragt, Wenn es für Motoren eine Angleichung gibt, weil ein Motor deutlich schlechter ist, kann man das dann auch bei der Aerodynamik machen? Beziehungsweise, wieso darf die Aerodynamik dauerhaft weiterentwickelt werden, der Motor aber nicht? Also der Motor nicht, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Es gab diesen Motoren-Freeze, weil Honda ausgestiegen ist. Eigentlich, ursprünglich mal. Und dann hat der Red Bull keinen Motor mehr. Und man hätte sagen können, man setzt diesen Honda-Motor weiterhin ein. Wenn die anderen aber weiterentwickeln, dann fällt man zwangsläufig zurück und man ist chancenlos. Es war keine Alternative für Red Bull zurück zu Renault zu gehen. Und dann stand halt Red Bull da, man hat eine Lösung gesucht. Und dann hat man sich als Formel 1 darauf geeinigt zu sagen, finde ich super sinnvoll, auch nach doch relativ langer Zeit, der das Regiment schon stabil war, wo sich alle schon ein bisschen angeglichen hatten, hat man gesagt, okay, es macht keinen Sinn, wenn wir da jetzt weiterentwickeln. Wir frieren das ein, bis das nächste Motorenregiment kommt. Und das hat man gemacht. Man hat ein paar Sachen erlaubt. Zuverlässigkeits-Updates, Sicherheits-Updates und Änderungen für Kostenersparnis, das durfte man machen. Ist ja jetzt aktuell auch so das Argument von Renault. Ja, da haben wir dann die Leistung jetzt verloren, weil die anderen andere Zuverlässigkeits-Updates gebracht haben. Wir haben eine komplett anders installierte Wasserpumpe gebracht. Das ist 100% Zuverlässigkeit, das bringt uns keine Leistung. Andere haben vielleicht am Brennraum irgendwas gemacht. Das bringt dann wiederum Leistung, weil du in längerer Zeit in höheren Modi fahren kannst und so weiter. Aber ich schweif schon wieder ab, wie immer. Aber im Wesentlichen war das der Grund, wieso man den Motoren-Freeze gemacht hat. Man hatte ja auch mal ein leichtes Chassis-Freeze, erinnerst du dich noch? Ja. Covid. Genau. Da gab es dann Token. Dein Lieblingsbegriff, ihr kennt ihn vielleicht alle noch aus unseren Live-Sendungen. Token war da immer sehr beliebt. Talerchen. Das hatten wir ganz am Anfang des Motorenreglements auch. Da hat man gesagt, man will nicht, dass die Motoren ständig komplett weiterentwickelt werden. Das kostet zu viel Geld. Deswegen hat man eine gewisse Anzahl an Tokens. Und für diese Tokens darf man sich dann gewisse Updates kaufen. Also das heißt, was weiß ich, Brennraum kostet vier Token, Zylinderkopf kostet fünf Token. Ich weiß es nicht mehr, wie viele das waren. Das gab es mal, das System. Dann ist man draufgekommen, eigentlich ist es völliger Schmarrn, weil entwickelt wird sowieso. Nur die Entwicklungen werden dann teilweise nicht gebracht, weil die halt mehr Tokens kosten, als man hat und so weiter. Deswegen wartet man dann, um die Entwicklungen zu bringen. Aber gemacht werden, tun sie. Man hat festgestellt, es war Quatsch. Gab es dann auf Chassis-Seite auch mal, um Kosten zu sparen während Covid. Dass da die Teams nicht entwickeln müssen für diese Übergangssaison. Jetzt hat man ja, du kannst ja nicht alles einfrieren, das wäre ja auch blöd. Dann braucht man keine Formel 1 mehr. Das ist ja das, was er sagt. Hier kann man das bei der Aero auch machen. Da sind wir wieder bei Toto Wolf, Leistungsgesellschaft. Es soll ja durch die Entwicklung auch irgendwas passieren und man Rückstand aufholen können, weil sonst haben wir eh immer das Gleiche, was wir jetzt sehen. Dann braucht man auch nicht mehr fahren, wenn nur noch durch Ausfälle oder zufällige Wetterchaos irgendwelche Verschiebungen herkommen. Aber wir haben ja etwas, das das Ganze angleichen soll und aktuell ermöglicht. Ja, die Aero-BOP, wenn man so will. Es gibt ja ein abgestuftes Entwicklungskontingent für die ATR, also die aerodynamischen Entwicklungszeiten oder Kapazitäten im CFD- und im Windkanal. Je besser ich bin in der Konstrukteurschwem, desto weniger Kapazitäten kriege ich. Wirkt sich aktuell noch nicht so wirklich aus. Irgendwie auch ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das langfristig irgendwie auswirkt. Wenn es sich gar nicht auswirkt, dann kann ich sagen, brauchen alle nur noch 10% von dem, was wir eigentlich hätten. Dann fahren wir alles runter. Irgendwie schon, oder? Also wenn man merkt, das hat keinen Einfluss. Wir sehen ja, es kommen trotzdem von allen noch Updates, gerade von den größeren Teams. Trotz Budget Cap, trotz dieser Einschränkungen, da die Größeren, die weiter vorne in der Konstrukteurs-WM waren, den letzten Zeitraum, ohnehin weniger haben und es ändert sich nichts. Also da bin ich mal gespannt, ob man da langfristig sieht, dass das wirklich was bringt. Ich meine, Aston Martin hat ja jetzt sehr viel Kapazität. Das hat sie nicht genutzt. Die sind eher zurückgefallen, als sie diesen Vorteil hatten im Vergleich zu den anderen Teams. Deswegen, ja, schauen wir mal. Wie sagen wir immer so schön? Abwarten. Und man muss, wenn man die Sachen hat, die halt auch nutzen. Und das ist ja für mich der entscheidende Unterschied zwischen diesem ATR oder diesem Sliding Scale und einer BOP. Oder das, was jetzt auch bei den Motoren diskutiert wird mit Fuel Flow nach oben oder Nach-Homologation bei Renault. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich nur den Fuel Flow erhöhe, dann ist das geschenkte Performance. Wenn ich jetzt sage, die dürfen nach-Homologieren, dann müssen die erstmal entwickeln und müssen erstmal auf den Stand kommen, müssen das wirklich schaffen mit ehrlicher Arbeit. Könnte auch sein, dass sie das dürfen, aber sich trotzdem nicht verbessern. Genau. Oder schlechter werden. Das ist genau der Punkt, den wir da mit diesem Windkanal oder mit Aerodynamikreglement aktuell haben. Ja, ich habe vielleicht mehr Kapazität, die ich nutzen darf, aber ich muss es auch nutzen. Ja. Was stelle ich damit an? Und das ist eigentlich ein wunderbares System, finde ich. Deswegen, ich weiß, du warst am Anfang kein besonders großer Freund des Ganzen. Nein. Als es eingeführt wurde. Kannst du dich inzwischen arrangieren damit? Wie du gesagt hast, es hat nicht sehr viel geändert und wie du jetzt nochmal betont hast, sie müssen es selber erstmal nutzen. Und wenn sie das nicht machen, hilft es auch nichts. Also das dich arrangiert mit dem System, kann man sagen? Mit dem kann ich mich anpassen. Mit anderen Sachen, die wir in anderen Q&As behandelt haben, vielleicht weniger. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Denn jetzt haben wir hier schon fast eine halbe Stunde geplappert. Wie viel waren laut Script geplant? Gar keine, weil das habe ich schon gar nicht mehr reingenommen, weil ich weiß, das funktioniert eh nicht. Unsere Zeitvorgaben. Aber dann würde ich sagen, wenn ihr noch mehr Fragen habt, ähnliche, ähnlich schön lange formulierte oder auch mal kürzere, knallharte, her damit. Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos oder unseren Posts, die wir auf YouTube auf unseren verschiedenen Kanälen machen. Und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Mal mit dabei. Und Christian kann lange acht Minuten darüber reden. Hoffentlich wieder viele Schweizer. Würde uns sehr freuen. Wir freuen uns auch über Fragen von Österreichern oder Deutschen oder wem auch immer. Uns völlig egal. Alle her damit. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.